Das kann ja eigentlich nicht so lange dauern, ne? So, und hier noch? Ah, ne, warte noch. Ugane kann ich kostenlos. Ugane geht ja einmal kostenlos. So, ich könnte noch ein paar Materie einsetzen lassen. Okay, komm ich jetzt hier wirklich nicht runter, oder? Was? Ist das in ernst? Ich will einfach nur da runter springen. Los! Darf ich da nicht runter fallen? Ich bin doch einfach nur ins Wasser. Das geht, komischerweise. Nein, ich sterb nicht ins Wasser. Wasser ist... Aber... Nicht gut. Ich komme... Aber das kann ich nicht sehen. Okay? Ich bin der Konföderationskasse. Ah, hier kann ich mir noch nicht fliegen. Wie viel brauche ich denn hier noch, ey?